ich bin doch und ich habe noch so ein grund ist beide poms mitnehmen ich bin sogar mit double pump passiert Genau. Jensen kann ich dir jetzt noch filmen, wenn ich die Team den Good-Old-Sectiondate machen kann. Danke, dass die senken wir da sogar ein Detekt mit drin haben. Wie, volle Kankfalt habt ihr, geil. Was ist das? Was ist das? Was ist das? ich höre die ganze zeit habe ich was ich wusste das ist ja ein soller das ist ein soller okay don't you view hallelujah no she was here this is cock not one auch das war das Knochen Kassel war das Knochen Kacke war das Knochen ich fast umgebracht ich danke das Lama was es mir Schild grad gibt das heilige Lama die Beratung das geil und Leben das ist heilige Lama ich danke einfach nur das Lama das sind Autos da hin, da hin, da hin das geht's da hin da hin, da hin, da hin, da hin, da hin, abstehen Autos was da hin, Dinger ich hab 6 Kills ich, es kann mein erster holen sein wenn ich mich konzentriere wenn ich mich jetzt konzentriere ey, er, wenn er mich jetzt sieht hat mich gesehen ach so, ja ich wusste es mit seiner Spyper er scoped die ganze Zeit runter er denkt so, er verpflogen was ist das Problem ich hab von Jügi wenn der Typ mich von oben angreift, benutze ich die Granate das wär geil, dass er mich nicht angreift Digga warum ist das Sprinten so langsam hä? Warum ist das Sprinten gerade so langsam? hä, ich schenk nix mehr Digga warum ist Deutsch gerade das Sprinten so langsam? Hä, warum ist Ratter gar so langsam? ich bin gleich beim Bus Digga, warum schmeckt er gerade so schnell? langsam ich bin gleich beim Bus das ist doch keine Oma! Achso! Die Beute ist sehr schwer! Okay, das wäre dann logisch! Die Beute ist sehr schwer! Ich bin nicht beim Muss! Wenn ich mein Muss bin, habe ich das gewonnen! Wieso, wenn jemand mich unterschießt, dann kann ich es noch holen! Ich muss damit jetzt hochkommen! Halleluja! Nein, ich komme da nicht hoch! Ich kann da aber jetzt hochkommen! Ich werde Zweiter! Wenn mich niemand unterschießt! Hey!